Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey. Hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Steaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne Sie nie so weit gekommen. Oh, äh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie da nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Äh, ähm, ja. Ich mag mein Steak rare. Ah, okay. Ja, das hört sich gut an. нβm. Oh, ich hab das. Oh, oh, okay. Oh, 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 oh. Hey! Moment! Ich weiß, du holst jetzt dieses Holocron. Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich von Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben. Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur wenn ich mitmache. Ja. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viel Glück, Kumpel. Herr, hast du kurz Zeit? Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir fremden. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Schafft es schon, Cier. Außerdem habe ich BD dabei. Ich weiß. Sei trotzdem vorsichtig. Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Danke. Wir sind bereit. Alle beide. Passt auf euch auf. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datumir. Ja. Datumir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bugano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bugano ist speziell. Die Sephora haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Wir sind definitiv nicht mehr auf Datumir. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis meine ich. Der ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datumir eingeschränkt. Das ging mir nach Bracca genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit sich hält. Ich glaube, es wird mir auf der Mentes gefallen. Das ist ein alter Käfer. Das ist ein alter Käfer. Ich spüre was hier drüben. Es wollte Boglingeier und sie haben gekämpft. Ich spüre was hier drüben. 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 Ich spüre was 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 drüben. Was passiert mit uns? Meister Festus, warum? Halt! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR ins nächste Stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracker nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Oh, sei vorsichtig. Es kommt direkt aus der Hölle. Geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin! Bitte geht nicht! Trilla? Was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Hey. Okay. Trinna. Na. Na. Na! Oh, 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 oh. Lassen wir das überprüfen? Wir haben den Jedi gefunden. Wir können ihn nicht stoppen. Er blockt meine Angriffe. Wir haben ihn erwischt. Ich brauche eine Sekunde. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ja, zieh dich zurück. Ich schaffe ihn. Ich bin sicher, wir werden... War das unsere letzte Narcoseinheit? Fertigendlich! Niemand drauf, weiterfeuern! Hey, hier rauf! Ich schaffe das nicht allein! Ich schaffe ihn. Ich werde ihn ausscheißen. Ich brauche Verstärkung. Ich werde ihn ausfüllen. Ich werde ihn ausfüllen. Sia, ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hat ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Thriller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Kniet nieder. Kniet nieder. Kniet nieder. Gemäß dem Recht des Rates. Nach dem Willen der Macht. Kell Kestis. Steh auf. Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. Ruhig. Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Grace? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich hab zwar vier Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Entschuldige, ich bin gesprächige Gesellschaft nicht gewohnt. Du machst langsam Fortschritte, Kerl.